Eröffne meine Lippen, Wikis Fastenzeit-Podcast der katholischen Kirche in Unna, Fröndenberg und Holzwickede mit Viktoria Schumann und Mark Stücker. Heute begehen wir den Montag der ersten Fastenwoche und heute begehen wir auch das Fest der Kathedra Petri. Mark, was genau bedeutet dieses Fest? Ja, das Fest Kathedra Petri erinnert daran, dass Simon Petrus als Apostel und damit auch als Vorgänger der römischen Bischöfe eine ganz besondere Rolle in der Kirche hat. Im Matthäusevangelium, da wird Petrus als der erste Jünger herausgestellt, der Jesus auch als den Messias erkennt und auch benennt. Es wird erzählt, dass Jesus selbst Petrus die Schlüssel des Himmelreiches übergibt, dass er, also Petrus, die Macht bekommt, auf Erden und im Himmel zu lösen und zu binden. Und so hat Jesus Simon Petrus als den Fels, als das Fundament, die feste Grundlage bezeichnet, auf die er seine Kirche bauen will. Und das Fest Kathedra Petri rückt einerseits Petrus als Lehrer der Kirche in den Mittelpunkt, aber auch seine Nachfolger. Die römischen Bischöfe, das sind die Päpste. Dem Papst wird zusammen mit der Versammlung aller Bischöfe die höchste Lehrkompetenz in Glaubensfragen zugeschrieben. Wenn also in der Kirche über Fragen des Glaubens oder der Moral gestritten wird, dann darf der Papst für alle verbindlich eine Entscheidung treffen. Und nach der kirchlichen Lehre ist diese im Einklang mit den Bischöfen getroffene Entscheidung dann auch unfehlbar richtig für den Weg der Kirche. Also ist richtig insofern, dass die Kirche auf dem Weg des Heils einen guten Weg eingeschlagen hat. Petrus als Lehrer der Kirche. Naja, derselbe Petrus ist es, zu dem Jesus auch dann schon mal gesagt hat, weg mit dir, als er ihn davon abbringen will, seinen Leidensweg auch wirklich zu geben. Derselbe Petrus ist es, der Jesus dreimal im Haus des hohen Priesters verleuchtet und durch einen Hahn schmerzhaft daran erinnert wird. Derselbe Petrus, der anders als Jesu Mutter Maria und anders als Johannes nicht unter dem Kreuz bei Jesus aushalten kann. Mit dem sich der auferstandene Jesus dann erst wieder versöhnen muss am See Genesaret, als er ihm aufträgt, weide meine Schafe, pass auf die Menschen auf, die meine Jünger sind. Und es ist auch derselbe Petrus, der dann gegenüber Paulus später Fehler einräumen muss im Umgang mit den Heidenchristen und die, also die Heidenchristen, dann auch als gleichwertig akzeptiert. Ja und ich bin wirklich froh, dass Petrus, unser Lehrer im Glauben ist, einer, der selber eine Menge Fehler gemacht hat und daraus lernen konnte. Und da würde ich mir wünschen, dass gerade unsere Bischöfe, auch bis hin zum Papst, sich von ihm mehr als nur ein Scheibchen abschnitten, wenn es auch um die Fehler der Kirche geht, um die Anerkennung dieser Fehler und daraus etwas zu lernen. Dankbar bin ich auch, dass Jesus selber dann im Evangelium zu seinen Jüngern sagt, lasst ihr euch nicht Rabbi oder Lehrer nennen, denn nur einer ist euer Lehrer, das bin ich selbst, das ist Christus. Marc, meine Frage, gab es für dich im Leben besondere Menschen, die auch im Vorbild Jesu Christi gelebt haben und die für dich so Vorbilder im Glauben gewesen sind? Ja, ich hatte eine Zeit kurz nach meinem Abitur, die ich in Süditalien verbracht habe, in einer Gemeinschaft in Kalabrien und die Brüder und Schwestern, die dort gelebt haben, die haben ihre Arbeit und ihr Gebet und ihre ganze Lebensweise wirklich sehr glaubwürdig verbunden mit dem Glauben, den sie ja in sich trugen, den sie auch wirklich glaubwürdig bezeugt haben und das hat mich immer fasziniert und hat mir auch eine Menge Orientierung gegeben in meinem Leben. Vielen Dank für deine Worte.